Also ein Punkt in Wissen, damit Wirkungsdauer und Effektivität mal um 10% steigern. Und ja, dann geht es nur noch in Kampffähigkeiten, ehrlich gesagt. Bei Orks macht es nämlich irgendwie meiner Meinung nach mehr Sinn. Wenn wir uns auf die Kampfkraft konzentrieren. Da ist noch eine Höhle. Ist hier hinten noch was? Nö, hier ist nichts mehr. Hier ist nur der Weg. Also da ist noch eine Höhle. Da war eine Gruft. Hier sind Sachen... Hier ist noch eine Höhle. Okay. Okay. Erlebt da noch was? Oh, Nekromant. So, Goldneu. Und ja, ich habe gesagt, hier ist noch eine Höhle. Dann können wir das hier abklappern, das da. Und dann da hoch zu dem Brigantenlager latschen. Kleine Höhle. Kleine Höhle. Also da sind wieder Höhlenmonster drin, nehme ich mal an. Ja, da sind auch Höhlenmonster. So, dann lass mal die Berserker raushängen. Hey, cool. Unser Schamane hat nur Stufen-Upgrade. Ähm. Okay, ich glaube, das Problem ist der Berserker. Wir kennen unsere eigene Werte. Ähm. Really? Ich dachte so. Nein, oder? What? Ich agree with you. Okay, ich kann das löschen. Okay, ich lösche mal ein paar Quicksafes allgemein. Was? Das war definitiv nicht so geplant. Destroy. Drop them to pieces. Billage. Billage. I thought so. So, jetzt die Warrocks erstmal wieder töten. Hmm. 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 Warum haben wir noch keinen unfreundlichen Besuch von den Dämonen? Was ich gerade nicht so gut finde, dass sie noch nicht kommen. Ah, clumsy. Billage. I thought so. Really? Us? I thought so. Agreed. Yeah. Drop them to pieces. Hmm? I thought so. I thought so. Da kommt der Akolyt wieder aus der Sumpfbehausung angewatschelt. Dämonen. 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 Und das ist immer schlecht. Immer erst die Großen. Die Kleinen, die machen fast keinen Damage zum Glück mehr. So, diesmal sind unsere Verluste nicht ganz so heftig hier. Das heißt, wir können vielleicht den Friedhof mit noch weniger Verlusten. Was hast du wieder für ein Problem? Mal gucken, vielleicht können wir die Skelette anlocken. Ja, können wir. Hm? Hm? Ohhhhhhh! Ich spreche mit dir. them zählen. so irgendwer vergiftet gerade hatte doch auch was gutes dass wir noch mal neu starten mussten unsere verluste halten sich um einiges in grenzen aber ich gehe wieder so vor ich mache jetzt dann die beiden wolfsgruben hier oben weil das alles ist was hier oben noch steht soweit ich weiß ja und halt die beiden sumpf behausungen aber die wolfsgruben sind wichtiger und ja dann zu der stadt das dem malertrank abgeben haben wir hier die steine liegen lassen ich glaube wir haben die steine da liegen lassen wie kann man immer so an anderen sachen hängen bleiben frage ich mich so das können wir überspringen we know our own words oh so ich noch mal geld für die nahrung habt ihr was schönes eigentlich nein nur stahlschwert okay so das heißt ich verkauf mal hier zeug das giftle so der sicherheitshalber mal ein quicksave dazwischen reinschieben und dann holen wir uns jetzt die beiden wolfsgruben ich dachte so ich in im in in I agree with you, L-H.